Das ist beschissen, da muss man jedes Mal das Boot... Das Boot kannst du nicht abbauen. Da kannst du nur aussteigen, mehr nicht. Ja, das sollte man doch auch. Ja, dann hängt das Boot da unten fest, du... Super... Nö, das geht kaputt. Ja, nee, soll's ja nicht. Da, guck. Und... Geht nicht kaputt, das hängt hier dann. Und wenn du rausgehst? Dann hängt es da auch und ich springe nur hin und her hier. Hallo, was ist denn hier? Hau mich mal! Nein, nicht hauen! Gut, dann machen wir das anders, dann... Dann gehst du weg da und ich werde eine neue, noch kompliziertere Technik zum Einsatz bringen. Ja, ich komm hier nicht mehr raus. Ich springe nur doof hin und her, wieso? Oh, Mensch, was... Guck, du hast nur Mist gemacht hier. Hahaha, jetzt... Jetzt hat das Auffahrungbecken schuld. Ja, sorry, endlich bin ich raus. So, das Boot kann ich jetzt kaputt haben. So, und das hier hinten funktioniert so, dass du da das Boot reinpackst. Mach hier erstmal Licht. So, ja, das mag ja ganz schön sein, aber wie willst du das... Deswegen wollte ich das so im Kreis machen, da brauchst du immer nur rumfahren. Ah, das ist... Das ist nicht gut da... Weißt du, wie ich meine? Ja, ich weiß, wie du meinst. Ja, guck, also war das eine sehr gute Idee. Na gut. Ja, ich werde es umsetzen. Ich kann dir helfen, ich hab langeweile. Machen wir jetzt mal den hier weg. Ups. Ich hab ein bisschen wild umhergeklickt, aber... Das ist ja jetzt auch nicht der Rede wert. Das hier kann alles weg. Nein, das nicht! Doch! Nein, nein! Ich hasse dich. Ja. Ich mach jetzt hier... Lass es da. Lass es so erstmal. Mach mal dein Blitscherwasser da hinten weg. Das hab ich da schon so... Systematisch aufgebaut. Du hast doch einen Eimer mit, oder? Hö? Äh... Was ist denn das? Was soll das? Ja, das Wasser soll erstmal raus. Warum? Schließt doch gleich neu rein, dann. Ja, und? Jetzt ist es doch schon still hier drin. Ja, nein, das ist Städter beim Bauern. Nee, das nicht. Oh. Egal. Oh, ich hab dann schon... Sieh, äh... Lass mal was testen. Sieh das so aus, als wenn ich gegen die Wand schlage. Mit dem Kopf, ja. Ja. Ja, der weiße, wie ich gerade denke. Ja. Mach du mal deinen Server richtig. Der leckt. So, egal. Ist doch scheißegal jetzt. So. Der hier am Ende kann auch weg. Ähm. Wollen wir das hier gleichmäßig ausbuddeln, oder willst du das da wieder zubauen? Oder willst du das so lassen? Och, können wir so lassen. Ne, komm, wir machen hier noch was weg. Ne, ne, warte, 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 machen wir zu. Machen wir zu. Ach so, jetzt zu. Ja, warte, dann lass uns aber bis hierhin wegnehmen und dann bauen wir zu. Ne, dann nehmen wir noch mehr weg. Bis wohin willst du den jetzt wegnehmen? Hm. Bis es grün wird. Ja, bis hier. Bis hier ist ausreichend, so. So, gut. So, welche Seite soll reinfließen? Du bist doch der große Planer. Du hast mir doch hier alles kaputt gemacht. Da kannst du das auch selber machen. Ja, gut, dann fließt hier rein. So. Das reicht nicht. Äh, du hast den Eimer. Mach mal, dass das bis hier hinten so rumfließt. Hättest du nicht einfach das wegschlagen können und das Wasser, was hier drin war, drin lassen können? Na, ist egal. So, oder wie wollt? Nein. Was soll das denn? Das hier soll komplett bis da hinten durch reinfließen. Nur reinfließen? Ja, die rechte Seite hier soll nur reinfließen. Dann müssen wir das wieder tiefer machen, sonst klappt das nicht. Wenn da eine Stelle still zwischen ist, macht das ja nichts. Hättest du jetzt nicht alles ausbuddeln müssen da? Mati. Mach mal wieder zu. Ich glaube, ich forschere dir da zu sehr ins Handwerk. Nein, guck mal. Wenn du jetzt einfach... Mach mal irgendwas mit deinem Eimer. Hier, guck mal. Äh, ich mach was mit meinem Eimer. Ich hab's weggeschmissen. Wollst du das? Nein. Egal. Ich will jetzt mal probieren, ob das so geht, wie ich das meine. Hey, du hast da noch einen, oder? Ja. So. Du wärst... Nein, das geht nicht. Aber wenn... Ich das so mache... Dann setzt man den zweiten Eimer auch da, so, daneben. Achso, du bist da selber am planschen. Ja, so. Warte, 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 was passiert dann? Ah, ja. Creeper. Creeper. Oh. Creeper. Der hat mich jetzt nicht erst auf meine Glashand weggespringen. Nein, hat er nicht. Bist du tot? Ja, heb meine Sachen auf. Ja, wenn ich noch Platz habe. Ja, nee, ich kann... Alles kann ich nicht aufheben, aber... So lange wird das ja nicht dauern, bis du wieder da bist, oder? Nö. Hast du es aufgehoben? Das meiste. Ich glaub' dir mal Holz. Hm. Mal... ...erwirtschaftetes Holz. Äh... Ich glaub' das hattest du noch, die Stöcker. Kommst du schon wieder her, oder...? Siehst du mich nicht? Nö, noch nicht. Ja, du guckst genau auf mich gerade. Muss ich gleich reconnecten. Ich schmeiß' dir deinen ganzen Kramer hierhin, ne? Guck mal, wie es jetzt verschwinden wird. Was verschwinden? Die Sachen. Ich... ...seh die nicht. Hä? Achso. Boah. Ich glaub' das war so ziemlich alles, was du hattest, ne? Ist das jetzt hier deine brillante Technik? Nein, das, äh, ist grad fehlgeschlagen. Und dann war ja irgendwie der Creeper-Zwischenfall gerade. Äh... Aber ich glaube, ich weiß nicht, was... Herr, guck, du hängst da bei mir in der Wand fest, du... Ähm, also ich laufe neben dir. Jaja, ich seh' dich, aber auch deinen wackelnden, komischen... Den geh' ich nochmal raus. Der schätztlich. Der, der bleibt. Dann musst du damit wohl leben können. Ja, muss ich. Wohl. Ähm. Ja, äh, nein, wie wollte ich das jetzt hier bauen? Ich bring' den... Du hast ja da deinen Eimer, ich bin mal eben weg und... Ich möchte einen Leuchtturm bauen. Ja. Okay, ähm. Ich wollte das eigentlich bauen so, dass es nicht noch einen runtergeht. Das ist eben... Warum muss das auch immer nur so wenig weit fließen, Mensch. Wenig weit fließen, Mensch. Ähm. Ich hatte noch zwei Spitzhacken, aber... Schön, dass du dich da bedient hast. Oh, eine hab' ich vergessen, ja. Na, jetzt ist zu spät, jetzt mach' ich mal eine. Joa, ist ja nicht so schlimm. Doch, das ist der Weltuntergang. Der ist doch erst 2012. Hm, hast ja recht. Wenn wir mit der Schule fertig sind. Oder ich. Ja, ja, stimmt wohl auch, ne? Stimmt. 2012 sind die... Unsere Abschlussprüfung. Wissen schon, nee. Termine. Ähm, einlagern. Ein... Was? Einlagern? Die Abschlussprüfung? Nee, die nicht. Aber das, was ich in... Im... Inventar habe. Okay, das war dumm. Von mir. Gerade hier. Das. Das würde ich aber anders sagen. Das ist nicht dumm. Von dir. Hä? Hä? Ah, hier ist irgendwo... Ein Zombie. Oder irgendwie das auch. So, wenn wir bloß wegbleiben. Und sonst, und sonst, und sonst, und sonst, und sonst. Das funktioniert.